Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Titanfall, meine lieben Freunde. Weiter geht's und diesmal ein klassisches Spiel. Wir spielen und zwar spielen wir... Joa... Komm, Materialschlacht und dann arbeiten wir uns von oben nach unten durch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ist das jetzt so? Klassisches Spiel, was hat das zu bedeuten? Und überhaupt weiß ich nicht. Gehen planen. Und nebenbei noch eine kleine Planänderung. Moment. Eigener Slot, genau. Das wollte ich machen. Und Panzer. Und noch eine kleine Planänderung von der Partlänge. Und zwar wird es jetzt so sein, immer nur noch ein Match. Also vor allem wegen 13 Minuten lang oder so. Oder 10 Minuten. Denn 26 Minuten lang sind schon extrem groß. Also der Part. Sind 2, irgendwas Gigabyte groß. Ah, ist schon ein bisschen heftig. Nee, lass mal stecken. Auf jeden Fall ist so ein klassisches Spiel einfach eine schnelle Runde. So eine ganz normale Runde. Nehmen wir auf jeden Fall am besten jetzt immer. Wegen, ich kann da eh nicht so wirklich folgen bei der Story. Von daher. Weil es mich auch nicht so wirklich hundertprozentig interessiert. Denn ich will einfach nur Titanfall richtig geil durchsuchten bis zum Gehen nicht mehr. Und ja, ich würde gerne. Da nach oben. Und da oben sind da glaube ich welche, oder? Kann das sein? Normaler Soldat. Ich will meine Position für diesen scheiß Soldaten da nicht bekannt geben. Ehrlich gesagt. Deswegen liebe ich auch überhaupt diese Smart Pistole. Weil die ja schallgedämpft ist. Und damit hört mich halt kein Schwanz. Ich hoffe mal, dass man irgendwann die Waffen so modifizieren kann nebenbei. Mit einem Schali drauf und so. Weißt du was ich meine? So, den hole ich mir jetzt ja. Kein Ding. Das mache ich öfters. Schön Sneaky vorgehen. Ich unnötig schießen. Oh, das waren normale Soldaten. Also keine Spieler. Scheiße. Jetzt habe ich meine Pose hier aufgegeben. Nicht cool. Da oben geht auch noch was ab. Ah, geht auch nicht. Huhuhu. Ja, Mann. Geht los. Die Erteiten ist in 60 Sekunden Eintrittsverhalten. Hä? Ach, dieser Schütze da. Ach, der schießt auf mich. Ist da ein Spieler vielleicht drin? Kann doch sein. Das ist nicht gerade sehr klug, da einfach hoch zu rushen jetzt. Ja, ich bin auch. Kloppt, ey. Wer schießt denn da auf mich? Ein Spieler, oder? Oh, Alter, hallo. Na, du auch hier. Ich weiß selbst noch nicht, wo wir hin mit mir. Merkt man, glaube ich, auch. Und ja. Alter. Nein, du alte Nutte. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen defensiv. Ich gucke auch mehr auf die Karte als... Was weiß ich, was? Und ich sehe leider die ganze Zeit keinen Schwanz. Was war da? Oh, super. Die ganze Menschenarmee vor mir, ey. Schön schutzschildmäßig unterwegs alles. Fand ich geil. Das war ein normaler Soldat, ja. Ich weiß, mein Titan ist auch wieder mal ready. Werde ich auch sicher gleich holen. Aber... Moment, noch nicht. Noch nicht. Geht hier oben? Ist hier überhaupt was los? Würdest du mich verarschen? Ja, geh doch da rein. Alter. Weißt du, da sah ich jemanden, aber kam nicht mehr dahinter. Oh, Mann. Ich hole mal einen Titan jetzt. Ist die runde Kacke, ey. Gerade vor mir. Dich hier abliefert. Das ist ja nicht mehr normal. Hey, 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 hey. Jetzt will ich auch was sehen hier. Komm. Ist er schon mal einen feindlichen Titan? Ich werde schon mal auf die Fresse, ja. Da ist gar keiner drin. Das ist doch für mich. Ach, da ist doch, glaube ich, doch der Mann drin jetzt, oder? Nee, da ist gar keiner drin. Hä? Regeneration erforderlich. Alter, ist da einer oben bei mir drauf? Nee. Da auf dem Dach ist jemand drauf, ey. Ich dachte kurzer Zeit, die haben das irgendwie ausgestellt, dass es gar nicht mehr da steht, von wegen Rodeo-Attacks. Ich bin so ein Nappe gerade hier. Ich muss erst mal zehn Jahre suchen, wie ich da hochkomme, zu den alten Typen da. Wo ist denn da jetzt noch rum? Wahrscheinlich mit irgendwelchen geilen Jumps und so, aber... Ach man, das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Ich merke schon, diese Runde wird ein einziger Fail irgendwie, ey. Das merke ich schon, ey. Also, das ist eigentlich nicht mehr normal, weil ich hier abliefer gerade. Nee, 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 nee. Die ganzen Geschütze finde ich auch nicht so geil, ey. Ist da ein Spieler drin überhaupt, oder? Wie schaut das aus? Wie man merkt, ich bin ordentlich Nubi und auch unterwegs, ey. Auf jeden Fall. Kleiner Ruckler, warum auch immer. Auch cool. Irgendwie finde ich hier so gut wie gar keine Gegner. Ich laufe hier rum die ganze Zeit. Ich sehe nur hier Bots. Irgendwie. Jetzt wieder Spluck-MG. Meine Fresse. Da ist ein Titan-Card draufgegangen. Oh. Gespawnt und gleich mal auf die Fresse. Sehr schön. Ich habe schon, ich gehe jetzt da unten ein. Was für eine Scheiße, nur wie Scheiße. Ich greife ab und über das ist ja nicht mal normal. Hey, 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 hey. Ja, voll, endlich mal läuft es ein bisschen jetzt hier. Ist ja nicht mehr normal, ey. Ist auch wieder nur ein Bot gewesen. Boah. Hinter mir. Titan. Fucker. Ne, doch nicht. Ach so. Okay. Auch toll. Muss ich jetzt mal da hinlatschen, ey. Ohne Spaß ist das scheiße. Komm, komm. Alter. Meine Fresse. Hat ein bisschen gedauert. Aktivist. Ey, was auf mir alles gebölzt wird, das ist ja nicht mehr normal, ey. Weiß nicht, ob wir los verdienen. Ich bin so ein scheiße. Wo denn? Ah. Ich bin so ein scheiß Noob, ey. Der Typ, ne, mit dem Granatenwerfer geht mir hart auf die Eier. Ohne Witz. Alter. Und jetzt soll ich den Pussy-Mode einpacken oder was? Ach, da ist da wirklich einer drin, ey. Was ist denn das für eine Nutte? Ist das mies. Da sind ja dann wirklich welche drin, ey. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ey, 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 ey. Nicht cool. Ne, überhaupt nicht cool. Da, komm raus da. Jawoll. Ist er ausgespielt? Ne, er ist rausgesprungen. Aber wir haben gewonnen. naja das ist nicht so geil aber ich habe gesagt würde ich mal sagen aber ich finde auch irgendwie nicht so geil ich habe da irgendwie nicht so hundertprozentig übersicht er muss ja eigentlich mal zugeben dann können sie mal herkommen die ganzen notten ich nehme sie mir alle vor wenn überhaupt jemand kommt kommt auch noch keiner die dauerung Okay, was haben wir? 7 Pilot-Kills, 1 Titan-Kill, Fußfall-Kill, Verluste 3, naja. Naja! Auf jeden Fall würde ich mal sagen, dass ich ab hier erstmal diesen Part beenden werde und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Titanfall. Haut da rein! Bis zum nächsten Mal.